und hier das nächste video ich habe eine kleine kombi für euch die schleife und den geschobenen hüftkreis und die maya geschobener hüftkreis wiederholung aus dem schieben rechts und links aufpassen dass ihr nicht in die wippe kommt hin und her hin und her hin und her hin und her nach vorne und zurück aufpassen becken bleibt aufgerichtet geht vor und rück vor und rück keine wippe ihr zieht an der lendenwirbelsäule zurück und vor und vor kombiniert ist es seit vor seit rück seit vor seit rück wechsel seit vor seit rück in den kreis die maya und die schleife ist auch aus dem hüft schieben da kommt jetzt die wippe mit dazu also ich schiebe zur seite gewicht ist da wo die hüfte draußen ist und ich kann nach unten weg drücken indem mein knie nach gibt schiebe zur seite und mein knie geht nach schiebe zur seite knie geht nach ich bleibe auf der seite knie geht nach und ich schiebe zurück ohne die ebene zu verändern also mein rechtsknie bleibt gebeugt obwohl ich zur seite schiebe aufpassen dass hier nicht die spannung verloren wird immer schön nabel zur wirbelsäule ziehen dann wechsel ich schiebe zur seite knie geht nach ich halte und schiebe zur seite das knie bleibt wo es ist kombiniert wird tief zur seite tief zur seite tief zur seite tief zur seite ohne pause wird daraus die maya lasse ich die hüfte oben und schiebe hin und her wechsel hin und her schieben meine kinder schauen wir haben gerade fernsehen und der papa ist dabei weiß nicht ob man es im hintergrund hört ich bleibe wechsel ich schiebe wechsel ich schiebe wechsel ich schiebe wechsel ohne pause wird daraus die maya imaginär ist hier auch eine wäscheleine gespannt an der seite über die ich meine hüfte drüber hebe drüber heben drüber heben drüber heben drüber heben drüber heben drüber drüber auch hier immer aufpassen nicht die spannung verlieren bleibt immer aufgerichtet falle nicht ins hohlkreuz könnt auch gerne an der wand üben indem ihr euch an die wand hinstellt die füße nicht zu weit weg und dann das becken aufrichten und eine acht an die wand mal entweder aufwärts oder abwärts wie es euch beliebt die kombination mit musik es ist kreisen 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 schleife schleife schnell 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 kreisen 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 kre 3, 4, Schleife, Schleife, Schnell, 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 Meier, Meier, Schnell, 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 mit Musik. 1, 2, 1, 2, 3, 4, Kreis, 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 und Schleife, Schleife, Schnell, 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 Meier, Meier, Schnell, 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 und Wechsel, Kreis, 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 und Schleife, Schleife, Schnell, 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 Meier, Meier, Schnell, Schnell, Schnell. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Let's stand on death. Und dann hängt ihr euch aus. Hinten aufrichten, abrollen, in die Kassen, Kopf schütteln, hin und her schwingen. Hinten 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 hin und her schwingen. Ich danke euch. Viel Spaß. Hinten hin und her schwingen.